Berater, die Schütze-Berater-Pyramide. Auch das wieder sortiert, wo du wahrscheinlich, auch da gibt es immer Ausnahmen, die besten Empfehlungen kriegst. Informativ. Früher hieß das, mein Onkel arbeitet bei einer Bank. Da habe ich dann immer zurückgefragt, was macht der da? Ja, der ist Koch. Ach, Versicherungsvertreter, dann haben wir den, ich sage mal, Internetberatung, Selbstberatung. Hatte ich mal eine Dame, die war saukool. Die hat über sechs Jahre jedes Forum, jede Hausbauplattform, alles mögliche, hat die wirklich studiert. Hatte mir alles erzählt, die war bei mir. Ich habe gesagt, was machen Sie dann hier? Sie kennen sich doch super aus. Die kannte sich wirklich. Ich habe ihr zwei, drei Testfragen gestellt. Die kannte sich sensationell aus. Sehr offen. Sagt sie, Herr Schütt, ich habe ein Problem. Ich so, ich sehe jetzt keins. Welches denn? Nicht wie die üblichen trockenen Seminare. Ja, ich habe keine Praxiserfahrung. Stimmt. Dann Bausparberater, Bankverkäufer, Allfinanzberater, Immobilienmakler, Verbraucherzentrale. Warum, sage ich jetzt mal, Verbraucherzentrale? Die wollen auch nur Darlehen vermitteln. Erkenntnisreich. Die machen selbst Darlehensvermittlungen, die Verbraucherzentrale. Wie neutral ist das? Steuerberater eben. Und Absolut. Toll.